Ich unterstütze Best of Austria, weil die Wiener Stadthalle Best of Austria ist. Seit fast sechs Jahrzehnten stehen bei uns die Besten der Besten auf der Bühne und was hier gezeigt wird, ist so vielfältig wie unser Publikum und wie Österreich selbst. Ich freue mich daher, dass dieses beeindruckende Projekt hier unter dem Dach der Wiener Stadthalle stattfindet. Vielen Dank.